Auf der Plaza Culinaria Aktionsbühne präsentierte sich ein abwechslungsreicher Mix aus Information und Unterhaltung. Martina Lammel vom ARD Buffet Magazin verriet pfiffige Ideen zur Gestaltung in der Adventszeit. Also Demeter ist ein Verband, ein Zusammenschluss von Bauern. Über Demeter informierte Joachim Latsch von der Vereinigung der AG für biologisch-dynamische Wirtschaftsvereine. Auf jeden Fall, da haben sich Bauern zusammengeschlossen, die wollten anders mit der Natur oder beziehungsweise mit diesem Ganzen, mit der Landwirtschaft umgehen. Was sind Tiere, was sind Menschen in Verbindung zu den Tieren, was prägt das, was ist das? Und seit dieser Zeit halten die zusammen und es sind immer mehr geworden, es sind immerhin mittlerweile, ich glaube, 1600 Bauern in ganz Deutschland, dann die Verarbeiter, dann die Weinbauern dazu. Die Schwarzwald Barbrigade, ein Netzwerk aus passionierten Bartendern und Gastronomen, zeigte, wie die hochwertigen Produkte wie Obst, Gemüse, Saft, Wein und Edelbrände gekonnt zu trendigen Cocktails kombiniert werden können. Einen eindrucksvollen Glanzpunkt im Programm auf der Aktionsbühne bildeten Künstler aus dem Europapark mit einem Auszug ihres Abendprogramms. Freiburger Messe TV Freiburger Messe TV Immer aktuell informiert